So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, eine neue Folge Pokemon Go. Und es ist soweit, die Höhentour Global ist in vollem Gange. Heute war der erste Tag der Höhentour Global. Und ich möchte jetzt ein Video machen mit Proto-Growdon, Proto-Kyokre. Wieso klingt das eigentlich so total stockig beim Reinkommen? Mir doch egal. Also ich möchte jetzt ein Video machen mit Proto-Growdon, Proto-Kyokre, denn ich habe Mega... Was heißt Mega-Energie gesammelt? Ich habe Proto-Energie gesammelt. Das ist ja die Proto-Morphose, ja. Das ist nicht die Mega-Entwicklung, das ist die Proto-Morphose. Und deswegen möchte ich jetzt mal die Proto-Morphose durchführen, so wie wir das bei den Mega-Rates der Mega-Entwicklung immer machen. Normalerweise bei Mega entwickle ich ja immer ein, wie das Beispiel Gadoir, das haben wir euch auch gezeigt, versuche ich immer ein 100%iges zu entwickeln, ein Shiny zu entwickeln, ein männliches zu entwickeln und ein Lucky zu entwickeln. Am besten, wenn das 100er männlich ist, dann ein weibliches Shiny suchen, sodass das im Mega-Decks komplett ausgefüllt ist und abgeschlossen. So, jetzt ist es ein bisschen kompliziert. Bei den Mega-Rates war es ja immer so, ihr habt 200 Energie gebraucht zum entwickeln, habt aber aus einem Raid 225 Energie bekommen. Das heißt, ihr habt eigentlich ein Mega-Rate gemacht und konntet direkt entwickeln. Bei der Proto-Morphose und Kyokre und Graudon war es ein bisschen schwieriger, aber die sollen ja auch was Besonderes sein. Da habt ihr 400 gebraucht zum entwickeln, habt aber nur 80 durchschnittlich bekommen. Graudon war ein bisschen leichter zu besiegen, ein bisschen besser zu raiden als Kyokre. Da hat man manchmal sogar 90 Energie bekommen, wenn man Glück hatte. Kyokre aber trotzdem habe ich nie geschafft, 90 zu kriegen, immer nur 80 bekommen. Jetzt möchte ich hier mal rein. Wir fangen an mit Graudon, weil Graudon ist eigentlich mein Lieblings-Pokémon. Graudon. Graudon, also nicht mein Lieblings-Pokémon. Mein Lieblings-Pokémon ist ja Raubi, aber mein Lieblings-Legendäres-Pokémon ist Graudon. Deswegen, als ich gehört habe, Rubin, Saphir, was nimmst du hin und her? Ich habe gleich, ich nehme Rubin wegen Graudon. Weil das mein Lieblings-Pokémon ist als Legendäres. Als ich dann die Medaillen gesehen habe, habe ich mich dann aber für Saphir entschieden, weil ich die Saphir-Medaille einfach schöner fand als die Rubin-Medaille. Und die Raids waren ja sowieso für beide Leute da, also war es auch wieder wurscht. Ich möchte jetzt erstmal ein was machen und zwar hier rein Graudon und 4 Sterne eingeben, damit ihr ein was seht. Und zwar habe ich zwei 100%ige Graudon. Das hier ist auf Level 50 von der Frau Deluxe in 100%. Und das hier gab es letztens mal und ist auf Level 20 noch, weil das frisch aus dem Raid gefangen ist. Das möchte ich jetzt trotzdem direkt mal... Ja, wollen wir das schon so hochziehen hier? Wir machen das jetzt erstmal auf Level 40, dass wir keine XL brauchen. Wir ziehen das auf 40, sodass wir keine XL brauchen. 4.115. Dann haben wir das zweite 100er Graudon schon mal ein bisschen gepusht. Auf 4.115 muss jetzt erstmal so reichen. Und dieses hier ist das, was wir Protomorphose machen wollen. Ihr seht, ich habe jetzt genau 1000 Graudon-Proto-Energie. Die möchte die Protomorphose durchführen und euch mal zeigen, wie hoch das Teil kommt, wie das dann aussieht, wie brutal das wird. Deshalb, das hat auch die Best-Buddy-Batch hier schon dran. Da ist also gut vorbereitet. Ich konnte in die Höhentour starten mit einem 100% Graudon. Konnte das richtig gechillt angehen lassen. Ihr habt gesehen, ein zweites ist auch noch da. Das übernimmt jetzt auch den Best-Buddy-Batch. Und ist jetzt hier einfach rot. Gefährlich. Da schwimmt die Lava drin rum. Ihr habt eine richtige Sprungschanze hier hinten raus. Das sieht cool aus. Gerade im Winter mit dem Schlitten kannst du da runterfahren. Das ist herrlich. Das wollen wir sehen. Graudon in der Protomorphose kommt auf 6.672. Und sieht einfach mega brutal aus. Für das Thumbnail. Lassen wir das mal kurz hier so stehen. 6.672 WP. Kyokra müsste natürlich genau auch auf den gleichen Wert kommen. Wir, bevor wir aber zu Kyokra kommen, möchten wir natürlich neben einem 100er Graudon. Die Dinger gibt es ja nicht in Geschlechtern. Die haben ja kein Geschlecht, die legendären die meisten. Eigentlich fast keins. Möchten wir auch einen Shiny Graudon mal protomorphosieren. Guckt euch das nochmal an, wie das aussieht. Schwarzer Bauch. Ansonsten rot mit vielen kleinen anderen drin. Was mache ich jetzt aber hier mit einem Shiny? Ich habe hier unten, ihr seht ihr, hier unten sind ein paar Shinies. Die werden ja mit der Zeit immer besser. 23.22. Müsste das beste Shiny sein hier. Das hat glaube ich drei Sterne. Ja, 15.10.14. Hier von denen mit Wetterboost ist das hier das Beste mit 29.02. Hat leider keine 15 Angriff. Hat aber insgesamt trotzdem bessere Stats allround. Und ich finde, weil der Hintergrund, der Lucky Hintergrund bei dem einfach so cool aussieht, werde ich dieses Shiny Lucky Graudon jetzt hochziehen. Äh, nicht hochziehen, die Protomorphose durchführen. Genau. Das heißt, wir werden jetzt einmal hier drauf drücken, dann nochmal hier drücken, hier bei diesem Shiny die Protomorphose durchführen und gucken, wie das dann aussieht. In der Shiny Variante, ihr seht wieder den roten Rubin, wie das da reingeht. Und der schwarze Bauch bleibt da halten. Aber alles, was sonst rot war in dem Teil, ist jetzt irgendwie schwarz. Die Lava fließt irgendwie immer noch, aber irgendwie sieht er halt jetzt einfach, ist einfach nur total verkohlt und ist einfach nur noch ein Klumpen. Sieht irgendwie, wie oft wollen sie irgendwie sagen, weiß ich nicht, gefällt mir jetzt gar nicht so gut, fand ich, finde ich das Normale besser. Das Shiny halt jetzt nicht so. So, jetzt haben wir auf jeden Fall das und wir haben das andere und die kann man sich dann mal merken. Da mache ich jetzt hier auch gleich mal den Mega-Tag dran. Das muss ich bei dem anderen hier übrigens auch machen, dass ich weiß, dass das hier immer eine Mega-Entwicklung hat, dass man die dann immer mal entwickeln kann. Alle paar Tage kostenlos die Mega-Entwicklung durchführen bei denen. Jetzt machen wir das ganze Teil mal bei Kyogre, geben mal Kyogre ein. und vier Sterne und dann seht ihr, wir haben sogar zwei hundertprozentige Kyogre. Das hier ist schon auf Level 50 mit 100 Prozent. Das hier ist auf Level 40 mit 100 Prozent, kommt also auch auf 4.115. Sehr cool. Mit ein paar XL und so kann man das ganze Teil natürlich irgendwann mal hochbuddern. So, um euch zu zeigen, wie das aussieht, werden wir auch hier nochmal die Protomorphose durchführen, damit ihr seht, neben einem Rubin gibt es einen Smaragd, ach, einen Saphir. Leck mir doch am Zügerli. Hier ist es jetzt drin, hier kommt es jetzt wieder raus und es ist halt, hat jetzt irgendwie so ein lauter Schlitzel in der Stirn und auf dem Kopf. 6.672, perfekt. So wollen wir das haben, so sieht das jetzt aus. Guckt mal hinten, der Schwanz, der Schweif, alles perfekt. Das schreit hier auch rum, freut sich. Visa Floor hat es gesagt und da können wir auch für das Sammel mal den Bewertungsbildschirm reinblenden. 6.672, eine Protomorphose beim Kyoko. Das ist auf jeden Fall schon eine Wucht. Das sind richtig fette Teile. Wir wollen aber jetzt auch hier ein Shiny nehmen. Wenn ich mal bis ganz runter scrolle, sehen wir hier 2289, ja, nicht so gut 23, 235, 2311, 2321. 2322 ist ein Shiny mit Lucky-Hintergrund. Eigentlich müssten wir, wenn wir das andere als Shiny-Lucky genommen haben, hier das auch als Shiny-Lucky nehmen, oder? Ist irgendwie cooler. Und dann haben wir hier 2328. Das ist das höchste Shiny wahrscheinlich, was wir haben, ja. Und das ist jetzt eine schwierige Wahl. Nimmt man das höchste Shiny, aber eigentlich entwickle ich das ja nur, nicht weil es gute IV haben soll, sondern einfach weil es ein Shiny ist. Also kann ich auch ein Lucky-Shiny nehmen. Dieses hat 14, 12, 15, drei Sterne und das unten drunter. 14, 12, 15. Das hat sogar 15 Angriff. Ja, komm, da fällt mir die Entscheidung eigentlich leicht. Ich nehme natürlich trotzdem das mit 15 Angriff. Lucky-Shiny. Machen wir das Ganze hier auch nochmal. Führen hier wieder die Protomorphose aus. Gucken wir mal, wie das aussieht in der Shiny-Variante mit Lucky-Hintergrund. Und es wird auch einfach Kohlraben-Schwarz. Das sind die Lakritz-Legendären, ja. Die Lakritz-Legendären sind geboren. Guckt euch das an, wie viel Lakritz steckt in diesem Pokémon. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Der schreit jetzt ja auch noch. Der kommt auf 3332. Schade, dass da nicht noch eine 3 ist. Wir machen jetzt auch hier die Mega-Dranschreiben. Und natürlich bei ihm hier Mega-Dranschreiben. Das ist ja wichtig. Das hätte man fast vergessen. So, zack, knall mal dran. Mit dem beenden wir dann das Video. Das ist die Protomorphose bei Kyokre und bei Groudon. Die sehen als Shinies verdammt komisch aus. Wie ist eure Meinung dazu? Findet ihr die cool? Also, ist auf jeden Fall was ganz Besonderes. Ich freue mich schon, wenn weitere Sachen kommen. Ich bin gespannt, wenn man die auf Level 3 mal gezogen hat. Mit denen kannst du sicherlich jetzt oft Raiden viel Schaden verursachen. Und macht sicherlich Spaß. Ich habe jetzt noch 594 Proto-Energie bei dem hier übrig. Bei Groudon muss ich nochmal schauen. Groudon hat 540 übrig. Ihr seht, zu gleichen Teilen, wenn man sagt, ja, was ist besser? Was sollte man raiden? Ich würde, wenn ich 10 Raids mache, würde ich 5 auf das und 5 auf das machen. Aber müsst ihr entscheiden. Ich war Saphir, aber trotzdem ist Groudon eigentlich mein Liebling. Ihr könnt hier nochmal reinschreiben, welche Seite ihr gewählt habt. Habt ihr einen 100er Groudon? Habt ihr einen 100er Kyokre? Oder was ist euer bestes Groudon oder Kyokre, was ihr habt? Habt ihr einen Shiny? Habt ihr eine Protomorphose durchgeführt? Was hättet ihr genommen? Das Lucky Shiny oder das normale Shiny oder nur ein Lucky oder irgendwas? Schreibt einfach irgendwas da rein. Und wie gefällt euch die Höhentour? Das war es von beider Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Ich bin auf.